Die Membranenpumpe funktioniert vollkommen. Wir haben in einer Membranenpumpe zwei Klappenventile, eine einfache Pflanzscheibe, in diesem Fall mit einer Gummischeibe drauf, die fixiert ist. Wenn die Kolbenstange, die Membranenpumpe oder der Reifen, in diesem Falle die Membrane, zusammendrückt, entweicht der Luftdruck nach oben hin, weil der Luftdruck das untere Ventil geschlossen hält. Fährt die Kolbenstange wieder nach oben, nimmt sie die Membrane mit. Es entsteht ein Vakuum innerhalb der Membrane, das nach oben nicht entweichen kann, sondern von unten eine Wassersäule hochholt. Unteres Klappenventil öffnet sich, Wasser strömt ein. Die Kolbenstange fährt wieder nach unten, drückt den Reifen zusammen. Unteres Klappenventil ist geschlossen, weil der Wasserdruck von oben kommt. Wasser kann nur nach oben entweichen durch das Klappenventil und wird in die Rohrleitung gefördert. Dieser Vorgang wiederholt sich immer wieder und wieder und wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017